so jetzt geht es los ab nach frühen zu Mako Pong ich sitze jetzt im Auto gleich geht es los knapp stunde 45 minuten mal schauen wo ich vorbeikomme überall ich denke mal es wird Autobahn, 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 irgendwann ja ab nach frühen rein ich bin gespannt da war ich noch nie wir werden uns fahren gleich wieder sehen so dass wir zueinander kommen im Hotel, schick schick so jetzt können wir mal schön übernachten würde ich sagen ich habe noch die erste Person getroffen, also hier im Hotel sind wir schon die anderen mal schauen wie man sich jetzt hier zu lange übernimmt so jetzt laufen wir gerade durchs Brüder Whisky House so sieht das aus der Mako hat hier ich weiß gar nicht wo man hingucken soll so stelle ich mir am Wohnzimmer vor wenn ich abends bin haha so 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 ich weiß nicht ob ihr es hört ich war jetzt hier bei Mako Bonn und habe alle getroffen von A bis Z war da einiges dabei schöne Runde war wirklich unterhaltsam lustig viel ausgetauscht viele interessante Szenen für mich persönlich die ganzen Blogger habe ich immer so ein bisschen nebenliegen lassen eher mich auf die Videos konzentriert oder auf die Newsseiten die Blogger die man heute kennengelernt hat dann auch nochmal werde ich mir demnächst mal ein bisschen genau angucken ich habe nochmal drüber geflogen klar die eine oder andere Seite kommt einem ja über die Zunge aber es war einfach unglaublich toll wie viel informationen wie viel Whisky interessierte Leute hat einfach Spaß gemacht das hat sich jetzt hier dahinten sieht man schon Richtung Frankfurt wieder heim ungefähr eine Stunde hatte ich noch zu fahren und ja meine Einflüsse insgesamt werde ich dann irgendwie mal gucken wie es hier zusammenfasst jetzt erstmal geht es weiter mit dem Auto und geht es genäht das nennen wir die auch ein pasando 2 1 1 2 3 4 Untertitelung des ZDF, 2020